Hat jemand der Herr ein Feuer? So war das nicht gemeint. Das halte ich für übertrieben. Das gibt eine Glaserrechnung. Wir haben das Zeug! Zieh die Griffel ein, Dickerchen. Das Täschchen nehme ich als Anzahlung. Ist das recht so? Wir können ja eine Münze werfen. Aber umlegen werde ich dich auf jeden Fall. Wer bist du? Man nennt mich Halleluja. Es lebe die Revolution! Bring mich nicht zum Lachen, sonst bricht er... Da haben wir ihn. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Seit wann befiehlt ein Bauer einen Großfürsten? Ich lass dir die Eier abschneiden. Welch unfreundlicher Ton. Befriedet euch, Brüder. Das stoppt den Bartwuchs. Endlich sind wir allein, Schüttler. Na nun, Herr Nachbar. Lasst schön die Kanonen stecken. Ich bin der schnellste Bartschneider von El Paso. Warte! Ein dickiges Bies! Jetzt in der Stunde, in der ihr sterben werdet. Ich hatte nicht die Absicht. Doch, ihr werdet. Ihr wollt also, dass wir teilen? Ach, das wird nicht nötig sein. Ich werde euch die Kullerchen sowieso abnehmen. Macht euch deshalb keine Sorgen. Ich werde euch die Kullerchen sowieso abnehmen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Man nennt mich Halleluja. Halleluja.